Hallo und herzlich willkommen meine Ladies and Gentlemen, jetzt hier auf meinem Zweitkanal Schimmer Media Raw. Lasst gerne natürlich auch ein Abo auf meinem Hauptkanal Schimmer Media HD da, wenn ihr möchtet. Heute soll es hier um den Mac Flip vom guten Tomary gehen, denn ihr wisst ja, auf meinem Hauptkanal mache ich auch viel zum Thema 3D-Druck etc. pp, neben anderen Themen, die auf dem Kanal behandelt werden, aber wie gesagt auch sehr, sehr, sehr viel 3D-Druck. Ähm, hab auch schon, keine Ahnung, über 30 3D-Drucker getestet und ähm, ja, der gute Tomary hat sich jetzt halt eben überlegt, ähm, das, äh, so ein, ein Spielzeug mit einem 3D-Drucker selbst zu kreieren, also wirklich von der Pike auf, von, von der Idee her, äh, bis zum Patent und etc. pp. Und, äh, das Ding sieht jetzt aus wie so ne, wie so ne Zwille, soll quasi so ne Art neuer Fidget, äh, neuer Fidget-Spinner sein. Das Ding sieht aus wie so ne Zwille hat oben so zwei, ähm, äh, äh, ja, äh, Kugellager, in der Mitte zwei Magneten, die sich dann quasi, äh, ja, an so einer Schnur geführt, ähm, berühren können, also beziehungsweise nicht berühren, sondern halt so, ähm, ja, die Magnetkraft, dass die sich so anziehen, dass sie so in der Mitte hängenbleiben. Und, äh, Ziel ist es im Grunde genommen, dass das so auseinander ist und dass man so als Geschicklichkeitsspielzeug, ähm, das dann so dreht, dass das dann wieder zusammengeht. Werdet ihr auch gleich noch sehen, dann werdet ihr das verstehen. Unter dem Video gab's jetzt allerdings ne Frage von nem Zuschauer hier an den guten Tomary, und zwar, dürfte ich mir den MacFlip auch einfach selber drucken? Ähm, und die Frage hab ich ihm jetzt auch schon hier, äh, unten beantwortet, und um diese Frage soll's hier auch so ein bisschen in dem Video gehen. Und zwar, ähm, natürlich, also der gute Tomary hat natürlich den, äh, das Patent da dran, und, ähm, auch das Urheberrecht und alles drum und dran, aber natürlich kannst du jetzt einfach selber hergehen, dir selbst eine STL-Datei erstellen und das selbst ausdrucken. Nur fände ich das persönlich nicht so cool, weil das Problem ist halt, ähm, es geht ja hier darum, diese Idee zu supporten, ja, den guten Tomary zu supporten. Und, ähm, natürlich, du kannst es dir selber ausdrucken, aber das wär halt schade, sag ich dir ehrlich, so wie es ist. Ähm, das Problem ist nur, weil du hast gefragt, ob du das, äh, ob du das dürftest. Ja, klar, 100% legal, du darfst dir selbst eine STL-Datei machen und das selbst ausdrucken, was du nicht darfst. Du darfst nicht deine selbst, ähm, ausgedruckte, ähm, STL, also du darfst es nicht, was du selber erstellt hast, dann mit, äh, was der MacFlip quasi ist, selbst ausdrucken und das darfst du nicht verkaufen, ja, du darfst es nicht an jemand anderen verkaufen. Und du darfst diese STL-Datei, die halt 1 zu 1 der MacFlip sein soll, auch nicht auf Thingiverse oder sowas hochladen. Wir gucken da gerade mal rein, ähm, wenn wir jetzt hier auf, äh, wenn wir jetzt hier auf, auf, äh, hier ist dann der Kommentar, hab ich dem hier auch, wie gesagt, äh, beantwortet und wenn wir jetzt hier auf Thingiverse gucken, ich hab hier schon mal nach MacFlip gesucht, Gott sei Dank finden wir hier auch nichts, äh, also wenn wir jetzt hier quasi einfach mal reingehen, ähm, dann können wir jetzt hier sehen, das Einzige, was wir hier finden, ist ein User namens MacFlip, der aber schon im Februar 2019 jetzt hier das hier gepostet hat. Dementsprechend gehe ich einfach mal davon aus, dass der schon MacFlip hieß, bevor er von Tomerys Idee von MacFlip, ähm, äh, gehört hatte. Ähm, hier oben könnt ihr den guten, das gute MacFlip-Teilchen hier auch mal sehen, jetzt hier in dem aktuellen Video hier MacFlip auf Amazon. So sieht der MacFlip, wie gesagt, aus. Hier habt ihr links und rechts einen Kugellager, hier in der Mitte die zwei Magneten, die sich anziehen, ähm, hier an so einer Schnur. Und wenn das quasi, äh, auseinander, äh, ist, dann geht es dann darum, das halt an dem Griff so oft, äh, so, so zu bewegen, dass es im Grunde genommen zack wieder so zusammengeht, dass es wieder so aussieht, wie das jetzt hier der Fall ist. Ähm, ich bin bei, äh, hier Kickstarter auch, äh, mit am Start. Ihr seht es hier, 26 Euro, auch schon jetzt längere Zeit. Inzwischen, ich aktualisiere das gerade nochmal, vielleicht ist es inzwischen noch mehr, nee, tatsächlich nicht. Ja, aber gut, es sind halt 60.000 Euro fast hier zusammengekommen und, äh, das von ursprünglichen 15.000 Euro, die sich hier als Ziel gesetzt wurden. Ähm, das ist schon krass. 1.581 Unterstützer, 17 Tage verbleibend. Ha, ich weiß nicht, ob er in den 17 Tagen jetzt noch schafft, sein Ziel zu erreichen. Könnte schwierig werden, ne? Ähm, aber ist auf jeden Fall richtig krass. Äh, der gute Tomary hat halt vorher mit 3D-Druckern gar nichts am Hut gehabt, hat sich einfach hier so ein Gerät gekauft und hat sich überlegt, was könnte ich damit jetzt machen, ähm, und wie, wie, wie sieht denn das eigentlich aus? Kann ich ein eigenes Spielzeug entwickeln, ja? Kann ich quasi selbst mir ein Konzept für ein Spielzeug überlegen? Kann ich das selbst produzieren? Kann ich das selbst auf den Markt bringen, ja? Und, äh, da ist er jetzt auf einem ganz guten Wege hin, würde ich mal sagen. Ich hab mir hier, ähm, ja auch bei, bei Kickstarter in die Kampagne mich eingekauft, hier in dieses, ähm, 24 Euro. Das heißt, früher Vogel, da bekommt man einen Macflip und einmal die Blaupausen. Ähm, es gibt hier natürlich aber auch noch deutlich teurere Pakete, ich glaub das teuerste, genau hier 250 Euro. Und, äh, da kriegst du dann halt auch hier einen Macflip in der Farbe Gold, signiert, dann drei normale Macflips und vier Standfüße. Finde ich auf jeden Fall ziemlich, ziemlich cool, das Ganze. Ähm, und das ist auf jeden Fall ein Projekt, was auf jeden Fall, ähm, unterstützenswert ist. Hier seht ihr auch nochmal die genaue, ähm, Aufgliederung, die hier, ähm, gemacht wurde. 4.000 Euro für das Patent, 5.000 Euro Anschaffungskosten und, äh, Produktion im Spritzguss. 2.000 Euro Materialkosten, 2.000 Euro Personal für Produktion, äh, Verpackung, etc. pp. Und 2.000 Euro waren hier schon bei diesen 15.000 Euro als Puffer, äh, integriert. Jetzt haben wir natürlich, ähm, mehr Bestellungen als erwartet wahrscheinlich hier reinbekommen. Und dementsprechend werden jetzt, äh, wahrscheinlich, also Patent bleibt natürlich alles gleich. Äh, Anschaffungskosten, ähm, oder Produktion im Spritzguss, die Anschaffungskosten für die Produktion im Spritzguss bleiben immer noch gleich, weil, kannst ja trotzdem mehr drucken. Allerdings werden jetzt natürlich dadurch, dass mehr Bestellungen reingekommen ist, die Materialkosten steigen und eventuell auch die Personalkosten, um das halt auch schnellstmöglich umsetzen zu können. Naja, und was den Puffer betrifft, also, ähm, ja gut, ist auf jeden Fall noch ein bisschen Puffer da. Von daher sehe ich da jetzt nicht allzu das größte Problem drin, ne? Hey Leute, vergesst nicht ein Like da zu lassen und natürlich auch Abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, damit in Zukunft kein Video mehr hier auf diesem Kanal verpasst. Ja, aber sowas von, ähm, dementsprechend, ähm, genau, ähm, hier habe ich auch noch, äh, achso, genau, da wollte ich nämlich auch noch drauf eingehen und zwar gab es nämlich hier auch, also hier in dem Video hat der gute Tomary sich hier halt einen, na, sagen wir mal, Experten geholt, äh, den guten Mann hier, der war auch schon bei der Höhle des Löwen und es ging um die Frage der Macflip auf Amazon und, ähm, ja, ich habe da auch noch hier ein bisschen was dazu geschrieben, ähm, aber ich, ich erkläre es jetzt einfach auch nochmal hier ganz kurz in dem Video, weil, ähm, ja, ich, ich sehe das alles ein bisschen anders als dieser, äh, Experte hier, sage ich jetzt mal. Ich persönlich würde es nämlich tatsächlich sehr, sehr, sehr gut finden, wenn man den Macflip auf Amazon kaufen könnte. Der Experte sagt hier, ja, deine Community, die ist ja auch so schon groß genug, da brauchst du Amazon doch gar nicht und so weiter und so fort. Ähm, die Aussage halte ich für, ja, ist schwierig, weil das Problem ist, ähm, ja, natürlich ist die Community von, von dem guten Tomary auch, äh, groß. Ich verlinke euch auch, äh, äh, das Video hier mal unten in der Videobeschreibung. Guckt euch das Projekt auf jeden Fall mal an. Die Kickstarter-Kampagne, ähm, verlinke ich euch auch nochmal, weil das einfach wirklich ein richtig geiles Projekt ist, was man wirklich absolut supporten sollte, meiner Meinung nach. Ähm, aber, äh, er hat hier quasi den Rat bekommen, das Produkt nicht auf Amazon zu vertreiben, weil ja seine Community auch so groß genug ist. Ja, safe und er, seine Community ist auch sehr, sehr, sehr groß und er wird auch sehr, sehr, sehr viele Verkäufer, also sehr, sehr, sehr viele, ähm, sehr, sehr guten Umsatz erzielen. Ich meine, das kann man ja hier auf der Kickstarter, äh, äh, Kampagne definitiv sehen, dass da, äh, ne, 100, 1.581 Dings, aber das sind halt aktuell wahrscheinlich alles Leute, ähm, die aus seiner, äh, Community stammen oder das Projekt halt über Kickstarter gefunden haben und sich gedacht haben, boah, schon eigentlich eine krasse Sache. Jetzt ist aber diese Bubble von Kickstarter oder von YouTube oder von seiner Community, das ist hier diese eine Bubble von Leuten, die eben vom MacFlip wissen. Jetzt ist aber das Ding, wenn er das Produkt jetzt auf Amazon bringen würde, ja, also es ist nicht so, wie der Experte sagt, von wegen, ja, deine Community ist ja groß genug, da brauchst du doch Amazon nicht. Andersrum wird ein Schuh draus, ja. Die Community, die er hat, ja, die ist sein großer, großer Bonus, sein großer Pluspunkt, äh, den er hat, wenn er sein Produkt dann auf Amazon platziert, denn wenn er auf Amazon sein Produkt, seinen, seinen, seinen MacFlip dort verkauft, dann wird natürlich auch seine Community eine, eine große, ich meine, er hat, das hier ist sein Zweitkanal mit, äh, 91.000 Abonnenten, ich glaube, sein Hauptkanal hat über 500.000 Abonnenten, wenn nicht sogar noch mehr und das ist eine große Chance, das heißt, die Leute können dann das Produkt auf Amazon kaufen, können das auf Amazon gut bewerten, das wird wahrscheinlich im Ranking richtig krass nach oben gehen und in der, in der Kategorie Spielzeug sehr, sehr, sehr weit oben, ähm, ja, gelistet werden und natürlich dann auch anderen Leuten in den Kaufvorschlägen vorgeschlagen, die ansonsten in dieser Kickstarter oder YouTube-Bubble in seiner Community gar nicht drin sind, ja, die gar nichts vielleicht mit YouTube zu tun haben, gar nichts, nicht mehr wissen, dass es die Plattform Kickstarter gibt oder so und, ähm, wenn solche Leute das dann auch noch vorgeschlagen bekommen, dann kaufen die das auch, sind vielleicht auch sehr zufrieden mit dem Produkt, schreiben vielleicht auch eine gute Bewertung, dann kriegst du noch mehr Leute angezeigt und, 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 das geht immer so weiter und, ähm, dann gab es natürlich, äh, hier, äh, das berechtigte, ähm, ähm, ja, Misstrauen gegenüber Amazon von diesem Experten, da gab es hier auch ein Video von Simplicissimus, wie Amazon seine Konkurrenz zerstört, äh, das Thumbnail hat hier eigentlich schon alles gesagt, warte mal, gucken, ob wir das jetzt, ja, hier haben wir es, perfekt, ähm, na, na, achso, hier, ja, da sieht man quasi im Grunde genommen, das hier war eine, ein, so ein Korb, irgendwie, keine Ahnung, von der Marke Fortem und hier hat Amazon Basic, naja, das Produkt lief auf Amazon Basic, äh, beziehungsweise auf Amazon relativ gut und Amazon hat sich gedacht, naja, wir machen Amazon Basic Produkt raus, das sieht dann halt zwar relativ ähnlich aus, aber, jo, das pushen wir natürlich nach oben und da muss sich natürlich jetzt aktuell auch Jeff Bezos wegen genau dieser Praktiken, äh, vor gewissen, äh, Gremien natürlich jetzt Rede und Antwort stehen, aber ich glaube nicht, definitiv nicht, dass das Gleiche hier mit dem MacFlip auch passieren könnte, denn bei so Alltagsprodukten wie jetzt irgendwie so einer Tasche oder, äh, irgendeinem Staubsaugerroboter oder, oder wo es jetzt ganz aktuell, was natürlich sehr, sehr, sehr normal ist, wenn wir jetzt hier mal auf Amazon gehen, ähm, ist natürlich relativ, äh, Batterien, Batterien, wir suchen einfach nur nach Batterien und dann ist natürlich relativ weit oben, ihr könnt es hier sehen, äh, die Amazon Basic Batterien sind hier natürlich mit am Start, neben hier, Vata und was weiß ich noch, hier hat man hier am besten bewertet von, äh, unseren Marken, zack, 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 natürlich die ganzen Amazon Basic Produkte, das heißt, eventuell könnten jetzt dann andere Marken wie jetzt hier Kraftmax oder Vata oder was weiß ich, was es da hier, Chamäleon, was es da sonst noch für Marken gibt, es ein bisschen schwieriger haben, aber bei solchen Produkten, das sind so Standardprodukte, ja, das sind so absolut Standardprodukte, der gute Tomary hat aber auf den MacFlip ein Patent, ein Patent, das dauert eine gewisse Jahreszeit, ähm, oder das, das hält ein paar Jahre, bis das sozusagen, ähm, ja, verfällt und bis das dann andere Firmen auch produzieren dürfen, ja, das heißt, Amazon selbst wird unter Amazon Basic hier auf gar keinen Fall in der nächsten Zeit einen MacFlip auf den Markt bringen und das Produkt dann auf Amazon selbst vertreiben, das wird nicht passieren, weil, ähm, wie gesagt, der gute Tomary hier das Patent dafür hat. Jetzt gibt es natürlich auch, ähm, andere Firmen oder Unternehmen oder Leute außerhalb von Europa, ähm, ähm, ja, sprechen wir es ganz offen an, die Chinesen, ja, die natürlich sich denken, pff, Patente sind da irgendwo in Europa, pff, was interessiert uns das, ja, wir produzieren das einfach, wir kopieren uns das Produkt eins zu eins und wir bringen das dann, äh, bei Amazon oder sonst wo irgendwo auf den Marktplatz und das ist noch ein Grund, warum ich glaube, es macht auf jeden Fall Sinn, wenn der gute Tomary mit dem MacFlip auf, äh, den Marktplatz Amazon geht, denn, wenn er, ähm, sein Produkt jetzt dort vermarktet, wie gesagt, erstens, er wird noch mehr Umsatz machen, weil halt, klar, zum einen seine Community kauft, aber dadurch, dass seine Community so stark bei Amazon dann auch noch den MacFlip kaufen wird, dadurch wird es auch noch eine andere Bubble, weil das halt so in der, in der Kategorie Spielzeug so weit nach oben gepusht werden wird durch seine Community, dass es, wie gesagt, eine ganz andere Bubble an Leuten noch angezeigt bekommt, die das dann auch noch kaufen und das steigert natürlich den Umsatz immens und wenn natürlich jetzt andere hergehen und das kopieren wollen und das dann auch auf Amazon verkaufen und er aber zu diesem Zeitpunkt schon seinen MacFlip auf Amazon platziert hat, dann hat er eine gewisse Relevanz für Amazon, ja, weil das wahrscheinlich hohen Umsatz macht, Amazon verdient ja an jedem Verkauf auch noch ein bisschen mit, so ist es ja nicht, ähm, und dann hast du natürlich eine gewisse Relevanz, Amazon sieht deine Verkaufszahlen und, 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 deine guten Bewertungen, das sind alles natürlich Sachen, die Amazon auf jeden Fall nicht außen vor lässt und wenn du natürlich auch der Erste warst, der das auf dem Marktplatz verkauft hat, du bist derjenige mit dem Patent und jetzt kommt da irgend so ein Chinese an, der einen MacFlip oder MacBlip oder, ne, er nennt es einfach anders, oder einen Schmeckflip oder einen FlipMac, ja, auf den, auf den Markt bringt, was exakt dasselbe Produkt ist, dann hat Amazon, dann hat Tomary natürlich diesen riesengroßen Vorteil, dass er schon diese Verkaufszahlen, diese guten Bewertungen und sowas, ähm, präsentieren kann und natürlich, er hat das Patent, das bedeutet, er kann einfach den Support von Amazon anschreiben, kann sagen, hey, ähm, liebes Amazon-Team, da ist jemand, der verkauft mein Produkt, worauf ich eine Patent habe, ihr seht es auch auf eurem Marktplatz, ich war hier, äh, ich hab quasi Anfang 2021, ähm, das Produkt das erste Mal bei euch auf Amazon, auf der Plattform verkauft, ihr seht meine guten, äh, Bewertungen, ihr seht meine Verkaufszahlen und hier im Anfang dieser, äh, im Anhang dieser E-Mail füge ich noch mein Patent hinzu und dann, äh, sieht Amazon natürlich, ah, okay, ja gut, er hat gute Verkäufe, der war als erster natürlich hier bei uns auf dem Marktplatz mit diesem MacFlip und er hat hier das Patent angefügt, okay, also sagt Tomary dem Amazon-Team, ähm, bitte entferne doch diesen anderen Verkäufer und dann wird das entfernt. Wenn Tomary jetzt allerdings nicht auf Amazon sein Produkt platziert, dann könnte es ja vielleicht sein, dass irgendein Chinese über seinen YouTube-Kanal oder so vielleicht darauf aufmerksam wird, sich denkt, oh, krass, die Kickstarter-Kampagne, fast 60.000 Euro, da steckt Geld hinter dem Produkt und jetzt zum aktuellen Zeitpunkt vielleicht schon daran tüftelt, solch eine Kopie auf den Markt zu bringen und das dann vielleicht über Amazon zu vertreiben, ohne dass Tomary jetzt im Vorfeld sein Produkt auf Amazon platziert hat, dann wäre das natürlich sehr, sehr, sehr schade und ein bisschen schwieriger. Also wahrscheinlich würde Tomary das Produkt trotzdem dann irgendwie aus dem Amazon-Marketplace rausbekommen. Es wäre allerdings doch meiner Meinung nach ein bisschen schwieriger, weil, ja, die Relevanz auf Amazon für das Support-Team einfach noch nicht so da ist, wenn da einfach irgendjemand eine E-Mail schreibt, als wenn da irgendjemand eine Mail schreibt, der schon gute Verkaufszahlen, gute Bewertungen, der eine gewisse Reputation auf Amazon hat. Das ist eine ganz andere Darstellung einfach, eine ganz andere Grifflichkeit für die ganze Sache und deswegen glaube ich für meinen persönlichen Teil, also meiner Meinung nach, wäre es doch für den guten Tomary sehr, sehr, sehr gut, wenn er hier den MagFlip auch über Amazon vertreiben würde. Ich würde mich persönlich freuen, das Produkt auf Amazon zu sehen, wäre natürlich auch für viele Influencer, wie ich jetzt ja auch einer bin, auch wiederum eine coole Sache, weil wir könnten das Produkt natürlich dann auch wieder über Amazon, über die Affiliate-Links weiterempfehlen, wenn ich das zum Beispiel mir, also ich bin jetzt bei der Kickstarter-Kampagne auch dabei, aber wenn ich das dann hier in Zukunft auf meinem Hauptkanal in einem der Techpack-Opening-Videos auspacke oder vielleicht sogar hier auf dem Zweitkanal ein komplettes Review über das Ding mache, dann, wenn es auf Amazon kaufbar wäre, könnte ich natürlich auch einen Amazon-Affiliate-Link zu diesem Produkt, zu diesem MagFlip einfach unten in der Videobeschreibung verlinken, was natürlich wieder den Vorteil hätte, dass ihr mich als Creator auch unterstützen könntet, ohne einen Cent dafür zu zahlen, weil halt eben die Provision von Amazon an mich gezahlt wird und das wäre natürlich auf jeden Fall eine coole Sache, wenn dazu natürlich auch noch die Möglichkeit wäre, ja, aber wie gesagt, ihr habt die anderen Vorteile, die ich jetzt eben euch schon genannt habe, wie gesagt, die Bubble sorgt eben dafür, dass es so groß wird, dass auch eine andere Bubble noch quasi davon effektet wird, dass es quasi noch mehr Aufmerksamkeit bekommt, das Produkt noch mehr Umsatz machen kann und wie gesagt, wenn halt eben jetzt hier Produktpiraterie betrieben würde, dann könnte der Tomary halt eben einfacher dagegen vorgehen. Und auf der anderen Seite, ich glaube sogar, dass es noch nicht mal, das klingt jetzt relativ hart, wenn ich das so sage, aber wenn ihr genau darüber nachdenkt und dann werdet ihr verstehen, was ich meine, ich glaube, es wäre noch nicht mal so schlimm für Tomary, wenn jetzt hier irgendein Chinese hergehen würde und würde sagen, yo, ich mache eine Copy, also ich kopiere dieses Produkt und versuche das auch über Amazon zu vertreiben oder über Ebay zu vertreiben oder sonst wo, weil es geht ja Tomary hier nicht dabei darum, hier sein Hauptstandbein jetzt auf diesen MacFlip aufzubauen. Darum geht es jetzt nicht, so ein krasses Unternehmen aufzubauen, was jetzt den MacFlip vertreibt. Für Tomary ist das nur so ein Experiment halt einfach. Er hat sich einen 3D-Drucker gekauft und hat sich überlegt, yo, kann ich ein eigenes Spielzeug produzieren oder beziehungsweise entwerfen und produzieren und auf den Markt bringen. Das ist einfach nur so eine Art Selbstexperiment, wie Tomary das jetzt auch schon öfter auf seinem Kanal gemacht hat. Aber dementsprechend, wenn jetzt irgendein Chinese hergehen würde und würde das machen, dann glaube ich, dass Tomary auch daraus wieder eine Videoreihe machen würde oder zumindest ein Video machen würde, wo er sagt, yo, ihr habt euch vielleicht noch im Hinterkopf so den MacFlip, was ich ja eine Videoidee draus gemacht habe und wir haben ja dann ein Spielzeug auf den Markt gebracht und jetzt hat irgendjemand mein Produkt geklaut. Ja, ich sehe schon diesen Videotitel vor mir, wenn das tatsächlich irgendjemand macht und dann nimmt er wahrscheinlich uns als Community halt auch mit auf den Weg. Wie läuft das jetzt? Gehe ich jetzt zum Anwalt? Wie kriege ich das Produkt jetzt von Amazon wieder raus? Oder wie kann ich den Händler, der das verkauft, abmahnen? Weil das ist ja gar nicht mein MacFlip und, und, und. Also ich glaube, selbst da würde Tomary uns einfach mit hinter die Kulissen mitnehmen und uns zeigen, hey, was kann man jetzt da machen? Und ja, dementsprechend... Dementsprechend glaube ich halt, dass es gar nicht mal so schlimm wäre für Tomary, wenn das jetzt passieren würde. Allerdings, ja, er würde auch daraus, sage ich mal, durch seinen YouTube-Kanal wieder Profit ziehen können. Allerdings, ja, wäre es doch schon hart unnötig, meiner Meinung nach, wenn sowas passieren würde. Und wie gesagt, ich bin der Meinung, es ist auf jeden Fall sehr, es wäre eine gute Sache, wenn der MacFlip auf Amazon erhältlich wäre. Und wie gesagt, natürlich kann jeder von euch da draußen auch, sich so einen MacFlip einfach selber aus dem 3D-Drucker ausdrucken, sofern er die Möglichkeit besitzt, keine Ahnung, mit Cinema 4D oder mit Fusion 360 oder sonst was für einem 3D-Programm, sich solch einen MacFlip einfach selbst als 3D-Modell zu erstellen, als STL-Datei, diese dann im Cura oder in irgendeinem anderen Slicer für seinen 3D-Drucker aufzubereiten und dann halt selber auszudrucken. Natürlich ist es komplett legal, selber so einen MacFlip sich auszudrucken, selber damit zu spielen, das selber zu nutzen, selber die Magneten reinzupressen, die Kugellager draufzumachen und so weiter. Das darf man natürlich, das ist 100% legal. Da kann der gute Tomerionix gegen sagen. Würde er wahrscheinlich auch nicht, weil er ist halt ein mega korrekter Typ. Aber was nicht korrekt ist und was ich persönlich auch so rein aus ethischen Gründen überhaupt nicht korrekt finden würde, ist, wenn ihr dann jetzt dahergehen würdet, würdet diesen selbst ausgedruckten, selbst erstellten MacFlip verticken, also irgendwie verkaufen an eure Freunde, sonst was. Das ist irgendwo nicht in Ordnung, finde ich. Oder noch schlimmer, ihr würdet eine Webseite aufmachen und dann 3D-gedruckte MacFlips verticken. Das geht gar nicht klar. Und was auch nicht in Ordnung ist, wenn ihr diese selbst erstellte STL-Datei dann zum Beispiel auf Thingiverse veröffentlichen würdet. Das geht nicht in Ordnung. Das darf nicht sein, sowas. Und deswegen lasst das doch an der Stelle. Wenn ihr Bock darauf habt, euch selber so einen MacFlip zu erstellen in STL und auszudrucken, dann macht das gerne. Allerdings, ich persönlich würde es cooler finden, wenn ihr einfach den Tomary unterstützen würdet, hier zum einen in die Kickstarter-Kampagne einfach reingeht und euch da vielleicht einen MacFlip bestellt oder später, wenn das Produkt entweder in einem eigenen Shop oder eben auf Amazon erhältlich ist, dass ihr, wenn ihr Bock darauf habt, euch da eins holt. Jo, in diesem Sinne, ja, ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Wenn ja, lasst mir ein Däumchen nach oben, da würde ich mich sehr drüber freuen. Schreibt ein bisschen was Nettes unten in die Kommentare und natürlich abonnieren und Glocke aktivieren nicht vergessen, sowohl hier auf meinem Zweitkanal, als auch auf meinem Hauptkanal Schimmermedia HD. In diesem Sinne würde ich sagen, haut ihr rein, bis zum nächsten Mal.